Der Film besteht aus zwei Teilen. Teil 1, grundlegende Informationen über das Tier. Teil 2, Geräusche des Tieres. Sie können die Geräusche so verwenden, wie sie wollen, wo sie wollen, wie sie wollen. Völlig kostenlos. Die Hausmaus ist eine kleine Nagetierart aus der Familie der Mäuse. Ihr Fell ist grau mit einem gelblichen Schimmer, der Bauch ist viel heller. Sie besitzt lange Schnurrhaare und einen spitz zulaufenden Kopf. Ihre Ohren sind ziemlich groß und an den Enden abgerundet. Der Schwanz ist fast haarlos und mit ringförmigen Schuppen bedeckt. Die Hausmaus zeichnet sich durch einen charakteristischen Geruch aus, der von dem Urin stammt, mit dem die Männchen ihr Territorium markieren. Es gibt keinen ausgeprägten Geschlechtsdimorphismus. Die Körperlänge der Hausmaus beträgt 7 bis 10 cm und sie wiegt bis zu 25 g. Die Lebensdauer einer Hausmaus kann bis zu zwei Jahre betragen. Ihr Fell ist grau gefärbt mit einem gelblichen Schimmer und der Bauch ist deutlich heller. Der Schwanz ist fast haarlos und mit ringförmigen Schuppen versehen. Die Hausmaus ernährt sich von Körnern, Früchten, Insekten und anderen kleinen Objekten. Sie ist Teil des Nahrungsketten, da sie von verschiedenen Raubtieren gefressen wird, einschließlich Katzen, Eulen und Schlangen. Ihre Ernährung ermöglicht es ihr, in einer Vielzahl von Umgebungen zu überleben. Ursprünglich stammt die Hausmaus aus den Steppen Nordafrikas, Südosteuropas und Asiens. Heute ist sie weltweit verbreitet und lebt in menschlichen Siedlungen, einschließlich Städten, Laboren und Feldern. Sie passt sich an verschiedene Umgebungen an und kann sogar in Kühlhäusern überleben. Sie ist nicht häufig in Wäldern, Wüsten oder hohen Bergen zu finden. Sie ist nicht häufig in Wäldern, Wüsten oder hohen Bergen zu finden. Wäldern, Wüsten oder hohen Bergen zu finden.